Musik Wir brauchen Speicher an allen Stellen. Wir machen das hier in der Wärme. Man braucht das aber auch auf der elektrischen Seite. Da sind die Batterien. Wir brauchen mehr Speicher. Das ist die technische Sichtweise und die Notwendigkeit für die Energiewirtschaft. Punkt. Mein Name ist Michael Teigeler. Ich bin hier bei den Stadtwerken für den Energiebereich zuständig und Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg Energie. Wie versorgen wir die Stadt mit Wärme? Und da kommt dem Energiespeicher natürlich eine ganz herausragende Rolle zu. Ganz einfach, wenn wir dann darüber nachdenken, wann haben wir zum Beispiel Nachfragespitzen in der Energieversorgung. Alle wollen morgens um 7.30 Uhr, 8 Uhr duschen und das wollen alle gleichzeitig. Und da ermöglicht uns der Energiespeicher zum einen eben immer dann, wenn erneuerbare Energien auf dem Markt zur Verfügung stehen, den Speicher zu befüllen und damit eben dann wieder die Spitzen abzudecken. Mein Name ist Jürgen Rotchuk. Ich bin seit 2016 erster Bürgermeister in der Stadt Heidelberg. Und damit gehen die Funktionen einher des Baudezernates. Das heißt eigentlich alles, was so die technischen Bereiche sind, was Planen, Bauen, Umsetzen angeht. Ja, Jürgen, wir haben eine neue Energiequelle für den Wärmespeicher für Ende des Jahres. Ja, wenn wir so einen Energiespeicher haben, der steht ja an der Stelle eines früheren Gaskessels, dann ist das natürlich ein erheblich großes Bauwerk. Es ist auch ein erheblich hohes Bauwerk. Und jetzt ist die Frage, wenn man so etwas Großes baut, baut man es hübsch, das ist auch etwas fürs Auge, und baut man es möglicherweise mit dieser Chance, einen sehr, sehr hohen Aussichtspunkt zu haben, also eine Übersicht zu gewinnen über eine Stadt, eine Region. Vertut man sich die Chance oder nutzt man sie? Und wir haben gesagt, wir nutzen sie. Also Größe und Volumen war nicht zu verändern. Aber die Frage war eben, wie kann man das so gestalten, dass es eben möglichst eine Bereicherung für unser Stadtbild ist. Und da muss ich sagen, war ich auch ein bisschen stolz auf unser Stadtwerk, dass die gesagt haben, wir scheuen da keine Kosten und Mühe. Wir machen einen interdisziplinären Wettbewerb, also aus Ingenieuren und Architekten und versuchen damit eben ein kleines Juwel dem Stadtbild hinzuzufügen. Wenn man bei uns schaut, wenn wir kommunizieren und dann sieht man unsere Markenkampagne und dann steht da drauf für dich, also nicht für mich, sondern für dich, also für die anderen, also für die Menschen. Ja und somit ist das ja eigentlich unsere Kernaufgabe als lokaler Energieversorger schlechthin. Für was machen wir das denn Ganze? Für die Menschen, also für dich? Ja, mein Name ist Udo Eisenacher und ich bin erster Vorsitzender des Stadtteilvereins Pfaffengrund. Es soll eine Gastronomie geben auf dem Energiespeicher und ich hatte sogar die Möglichkeit jetzt, als der Beton gerade trocken war an der Decke oben, mir das anzuschauen, konnten den Rundumblick, den Ausblick von oben genießen. Man konnte bis in den Nordschwarzwald gucken, ins Rhein-Main-Gebiet. Dann das Schloss konnte man toll sehen und natürlich auch den Pfaffengrund sieht man toll von oben. Mein Name ist Klaus Happes. Ich bin Geschäftsführer der Firma Art Wiber. Und die Grundidee von Herrn Biber, also meinem Partner und mir war, einen Platz zu schaffen, zu dem man kommen kann, wenn man Fragen zum Thema Bewegung hat. Und so ist auch dann diese Zusammenarbeit mit dem Energie- und Bewegungspark gekommen, weil wir dadurch erkannt haben, dass es da die Möglichkeit gibt, dass die Menschen, die zu uns kommen, ihre Hilfsmittel trainieren können und mit denen üben können. Der geplante Energie- und Bewegungspark, das ist natürlich eine ganz tolle Chance für Heidelberg, speziell hier den Pfaffengrund. Und da freuen wir uns drauf. Der Bewegungspark ist immer zugänglich von unseren Anprobekabinen, also auch von den Räumen, in denen wir trainieren, kann man immer direkt raus ins Freie gehen. Hier der TSV Pfaffengrund hat ein Angebot. Dieses Angebot wird keine Konkurrenz sein, sondern die Möglichkeit, zum Beispiel auch für Leute mit Handicap, sich dort zu bewegen, aber auch für Senioren. Mein Name ist Gerhard Schäfer. Ich bin der Vorsitzende im Sportkreis Heidelberg. Der erste Kontakt war vor, ich glaube, etwa zwei Jahren, als er noch ungefüllt war und im Rohbau war. Da haben die Stadtwerke eingeladen zu einem Event. Es war eine Lichtveranstaltung und eine A Cappella-Veranstaltung im Speicher selbst. Und ich war völlig fasziniert über den Klang in diesem hohlen Speicher mit dieser A Cappella-Gruppe. Also das war fantastisch. Und dann war noch eine Lasershow im Tank. Das war also ein kulturelles Highlight, kann ich so sagen. Ich sehe es bei uns jetzt mal im Stadtteilverein auch. Da ist das Interesse sehr, sehr groß. Gerade an der Gastronomie. Diese Verbindung als vielleicht neues Wahrzeichen, das ist etwas, worauf wir uns alle sehr freuen hier im Pfaffengrund. Also wenn Sie so einen Speicher bauen, können Sie nachher alles bauen. Also das kann ich Ihnen sagen, weil einfach viele, viele Fragen auftauchen, für die es nachher noch Lösungen gibt. Also deswegen sehr spannend, ein bisschen weniger spannend. An mancher Stelle wäre auch ganz gut gewesen. Es ist aber immer so im Nachhinein, weil ich bin super froh, dass es jetzt auch wirklich auf die Zielgerade geht. Und dass es nachher auch so wird, wie man sich das vorgestellt hat. Also Dinge entstehen ja immer zweimal im Leben. Also einmal in Gedanken, in der Vorstellung und einmal dann in der Realität. Und dass es nachher auch so wird, wie man sich das vorgestellt hat. Und dass es nachher auch so wird, wie man sich das vorgestellt hat. Vielen Dank.